Ein herzliches Bonjour nach Berlin, Jan Drebes von der Rheinischen Post, grüß Sie. Guten Tag nach Bonn. Also als wir miteinander gesprochen haben gestern, um uns ein bisschen vorzubereiten auf dieses Gespräch, das können wir dem Zuschauer ruhig mal verraten, waren wir noch nicht so weit, dass wir wussten, dass sich Sigmar Gabriel so bitter beschwert. Und jetzt springt ihm zum Beispiel auch noch der Grünen-Chef Robert Habeck bei und sagt, er äußert Verständnis für die Kritik von Außenminister Sigmar Gabriel an dessen Partei, dass Gabriel nun so hinlangt, sei irgendwie auch menschlich okay. Was ist es für Sie? Natürlich ist das menschlich erstmal verständlich, wenn man ein Amt, was Sigmar Gabriel ja wirklich mit Leidenschaft ausgefüllt hat, sehr gerne ausgefüllt hat, dann so weggezogen bekommt, dass da jemand so reagiert. Dass auch ein Sigmar Gabriel so reagiert, denke ich, sollte aber nicht überraschen, denn er ist ja ein Eilfertier, ein wirklich political animal, hat es mal ein Kollege genannt. Und insofern kann man nicht überrascht sein, finde ich, von der Betroffenheit, die Sigmar Gabriel da spürt. Gleichzeitig, nach allem, was ich jetzt auch heute Morgen höre, war das aber nicht eine Überraschung für Sigmar Gabriel in der Pressekonferenz am Mittwoch, die Martin Schulz dann gegeben hat, sondern es war vorher mit ihm abgesprochen, so höre ich zumindest. Und insofern war das jetzt für Gabriel auch nicht der Hammer, der spontan über ihn niederging. Und insofern gibt es sicherlich menschliches Verständnis. Allerdings sollte gerade Sigmar Gabriel auch wissen, Politik ist ein teils sehr hartes Geschäft. Und wenn man da mit übertriebener Eitelkeit an Ämtern hängen bleibt, dann kann das halt auch wehtun. Ja, jetzt könnten wir das Ganze eigentlich rumdrehen und könnten dann weiterreden über Martin Schulz. Wie steht es da mit Eitelkeit, mit Versprechen vor allen Dingen? Das ist ja dann schon auch noch ein Punkt, um den es geht. Glaubwürdigkeit wurde ja auf dem Parteitag in Bonn angemahnt. Da ging es ja schon um einen Wortbruch. Und jetzt geht es wieder dann um einen Wortbruch oder mehrere. Wie auch immer, was wissen Sie? Sehr genau ist dieses Versprechen ja nicht bestätigt worden. Also angeblich soll es diese Zusage von Martin Schulz gegeben haben, als Sigmar Gabriel eben damals den Parteivorsitzenden und damit dann die Kanzlerkandidatur übertragen hat. Genauere Details dazu hat man ja noch nicht erfahren und letztlich auch noch nicht bestätigt bekommen von egal welcher Seite. Nur letztlich steht diese Glaubwürdigkeitsfalle, dieses Glaubwürdigkeitsproblem tatsächlich in der SPD jetzt ganz groß im Raum. Schon seit dem Parteitag, Sie haben es angesprochen, aber auch seit dem Parteitag 2015, als Sigmar Gabriel mit den Jusos im Klinschlag, auch da gab es schon dieses Wort Glaubwürdigkeitsverlust, Wortbruch. Wir glauben euch nicht mehr das, was ihr sagt. Und letztlich ist das Ganze, so wie sich das jetzt darstellt, die Debatte um Sigmar Gabriel, um Martin Schulz, um die Postenverteilung, einfach Gift für dieses Mitgliedervotum, was jetzt kommt, weil letztlich die Inhalte vom Koalitionsvertrag dann gar nicht mehr so sehr im Vordergrund stehen. Jetzt dreht sich diese Personaldebatte mit den verschiedenen Facetten, auch mit der von Andrea Nahles, über die nächsten Wochen wahrscheinlich weiter. Und das lenkt alles davon ab, worüber die Mitglieder eigentlich abstimmen sollen. Ablenken ist das eine. Was glauben Sie, wie beeinflusst das diese Abstimmung? Ja, das hat durchaus direkten Einfluss, denke ich, weil viele es sich dann vielleicht damit auch leichter machen, zu sagen, am Ende ist es dann eine Abstimmung auch darüber, soll Martin Schulz jetzt ins Kabinett, soll er es nicht. Gönnen wir ihm das noch nach diesen Wendehaltsgeschichten? Es gibt viele, viele junge Leute in der Partei, an der Parteibasis, die jetzt nochmal eingetreten sind mit über knapp 26.000 neuen Mitgliedern. Hätte niemand gerechnet in der Partei. Das hat auch psychologische Wirkung. Allein das, dass es so viele Neumitglieder gibt, wie die abstimmen werden, ist natürlich unklar. Es gibt auch welche, die die GroKo befürworten. Nur letztlich hat das alles sozusagen eine Eigendynamik, die jetzt für die Mitglieder der Parteispitze, die jetzt die Werbetour machen, aber auch für Kevin Kühnert von den Users sehr schwer einzuschätzen ist. Es hat eine letztlich eigene Dynamik, wie bei einem Parteitag auch, dass da letztlich nicht klar ist, wie es am Ende rausgeht. Also Sie geben keinen Tipp ab, höre ich schon raus. Wenn das Ding schief geht, also gesetzt im Fall, da ist ja noch eine Frau oben mit dran, die jetzt auch Parteichefin werden will, Andrea Nahles. Die hat das Ganze mit unterstützt, das, was Martin Schulz da eingerührt hat. Sie hängt sich auch weit hinaus. Würde sie beschädigt, egal wie das Ganze jetzt ausgeht? Mit Sicherheit. Sie steckt da natürlich mit drin, das ist gar keine Frage. Sie ist auch eine der Vorkämpferinnen für diesen Koalitionsvertrag. Sie war diejenige, die das mit sehr stark verhandelt hat, die letztlich den Parteitag gedreht hat für Martin Schulz, für diese Verhandlungen, für die Große Koalition. Natürlich, sie ist da mittendrin. Ich wage nur nicht die Prognose, ob sie dann auch wirklich von der Fraktionsspitze zurücktreten muss. Ich denke, dass sie, sollte das tatsächlich im Mitgliedervotum schief gehen, den Parteivorsitz wohl nicht übernehmen kann, würde ich so einschätzen. Von dem Fraktionsvorsitz, denke ich, den könnte sie behalten. Also es geht ja auch um die Erneuerung der Partei. Das ist ja so ein Punkt. Dafür steht sie ja eben auch. Das ist das, was die Jusos fordern. Wie viel Erneuerung ist da drin momentan oder wie viel Selbstbeschäftigung ist gerade angefragt? Naja, die Erneuerung ist, denke ich, sicherlich ein wesentlicher Punkt, auf den alle, die sozusagen Kritik an der Großen Koalition üben, auch immer mit im Blick haben. Es ist eins der Hauptargumente, warum die vor der Großen Koalition warnen, dass man nämlich in einer Regierung keine große Erneuerung durchziehen kann. Lars Klingbeil ist, denke ich, aber eher das Gesicht für die Erneuerung der Partei. Er ist als Generalsekretär genau damit angetreten, das zu wollen. Ich denke, dass es auch im Interesse der Parteispitze wäre, wenn jetzt in dieser Zeit, in der das Mitgliedervotum läuft, dass man da dann nochmal Maßnahmen ergreift, die für diese Erneuerung stehen, die kurzfristig umzusetzen sind und die dann ein Signal auch an die Parteibasis senden, innerhalb dieser Abstimmungsphase, wir haben verstanden. Dann, denke ich, kann das auch nochmal dazu führen, dass sich einige bei ihrem Kreuzchen überlegen, ob sie es dann nicht doch für die Große Koalition setzen. Wie immer dieses Signal aussehen wird, wir sind gespannt. Und ob es kommt, danke für diese Einschätzungsinformationen aus dem Zentrum der Macht aus Berlin, Jan Drebes von der Rheinischen Post. Danke auch.